So, es ist Freitagabend und es ist schon ganz spät. Ich muss jetzt schlafen und ich muss mal ganz früh aufstehen. Dann werde ich mit Rien nämlich die Höhle, das ist ihre neue Schnecke, auf die sie sich schon so freut und sie ist ganz aufgeregt. Ja, und dann müssen wir ein bisschen weiter fahren, weil sie wieder eine ganz bestimmte Schnecke haben. Ich habe keine Ahnung mehr, ich bin so müde. Guten Abend. Guten Abend.